Mein Name ist Erich von Däniken. Ich bin gefragt worden, ob ich einen Herrn Doktor Stoll persönlich kenne. Nukleartechnik, Flugscheine, Zeitmaschinen, Reichsdeutsche U-Boote. Und die Queen muss anklopfen, wenn sie da reinhört. Es ist non-konventionelle Physik. Skalare Haubitze. Wird alles gesteuert durch westliche Gereimdienste. Ich habe nicht den blassesten Dunst, wer dieser Herr Doktor Stoll sein soll.